Nächste Runde, Heldin Liga Dieses Reich braucht mich Tempel Nichts hält den Schwarm auf Lasst uns eine Runde fliegen Maaah Auf einen komm Ich folge der Stimme Eluns. Ich bin bereit. Sie werden alle leiden. Ich bin bereit. 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 Tschüss. Nee, die Liming, die ist auch nicht so, das wahre. Nein, nein. Ja, okay. Trümme. Trümme. Dieses Lager. Dieses Lager. Und jetzt noch. Eine Niederlage werde ich nicht innehmen. Alter. Die Lingming-Jungen. Lingming! Die Lingming-Jungen ist so schlecht. Seid mir ne Böse. Ja, wer hat den geholt? Hm? Die Lingming-Jungen ist so schlecht. Nein! Alter! Ja, okay, es kämpfen drei Leute gegen Joanna. Okay, alles klar. Ah... That was bad. Ich hab doch vorher auch gepinkt, dass ich zum Watchtower zuerst will, ne? Nichts gebracht. Ach ja, komm schon, Lingming. Schmeiß ein paar Ops, Alter. Ja, du brauchst nicht super reingehen dafür, ey. Du wirst, Alter. Ja, du wirst du. Ist das ne? Also, ich hirpe mich nur zuerst. Wenn du dich machst. Oh shit! Ja, du wirst. Mann, Mann! Ma Mann, Mann, Mann! Ich bin ein wenig Verstappen. Das war's für heute. Stun, slow, stun, tot Tja, wo war der Rest, ne? Ich weiß es nicht Obwohl die auf Blink gespielt hat, stirbt die echt auch Boah, das ist echt nice, Alter Warum hilft denn da keiner, Junge? Hilf doch mal dem Phallus hier Ey, und die Liming strahlt den mit Foodlife Oh Gott Na egal Kampel sind an meiner Macht erfüllt Wächter, lasst keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe Die Zukunft gehört jenen, die... Oh ja Oh ja Fünf, der ist bloß Ich kämpfe für meine Landsleute Ja Oh ja Die Kampfer für meine Landsleute! Die Kampfer für meine Landsleute! Die Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker! Schon bald, denn in meiner ganzen Herzen... Die Kampfer für meine Landsleute! 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 Schade! Die Kampfer für meine Landsleute! Gibt es Prepare, also meine Landsleute! Ah top ist aber fast down, das haben wir schon leer gesaubt, gibt es nichts mehr zu holen. Die Kiste haben eine Gestung verliebt. Eine Niederlage werde ich nicht hinnehmen. Lasst uns ein paar Söldner rekrutieren. Nun gut, macht meine Tenten versiegt. Ihr seid stärker als ich dachte. Die Kiste haben eine Niederlage für meine Lunge, Leute. Was ist das? Niederlage werde ich nicht enden. Ja, ich habe einen gekillt, Funkelchen lässt sich killen. GG! Okay. 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 Funkelchen war einfach schlecht. Keine Ahnung wieso der gestorben ist. Der ist sowieso auch gemutet sehe ich gerade. Naja. Was viel zu tun. Äh. Mit Gremien bin ich jetzt auch nicht der beste. Aber äh. Was soll ich sagen. Tschüss.